Wir fahren jetzt raus und dann fangen wir an, mit dem Kran zu hantieren. Der AM General M819 hebt bis zu 5000 Kilo und sollte damit über ausreichend Kraftreserven verfügen. Und los! Und los! Und los! Und... Damit Tragflächen und Rumpf den Transport überstehen, hat das Team extra massive Gestelle geschweißt. Das ist zwar nur ein Aluminium-Flugzeugflügel, aber so ein paar hundert Kilo hat der schon. Gib mir noch so einen Schäkel! Zum Entladen werden alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. Hochmoderne Technik hier, ne? Wahrscheinlich auch alles versichert und mit dem TÜSS. Schäden gibt es nach dem Transport aus Übersee offenbar nicht.